Musik Das Kinderzentrum Malbronn ist eine besondere Kinderklinik mit einer großen Ambulanz. Wir kümmern uns um Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, mit Behinderungen, aber auch mit seelischen Problemen. Dabei kümmern sich viele Berufsgruppen um die Kinder, aber auch um deren Eltern, um dabei einen nachhaltigen Erfolg zu haben. Im Altbau stehen umfangreiche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an, die Vergütungen der Krankenkassen reichen nicht aus, um diese Umbau- und Sanierungsmaßnahmen finanzieren zu können. Wir freuen uns über die Unterstützung unseres Fördervereins Christophers Hilfe. Die Aktion Jedes Tor hilft, der Firma Richard Wolff ist eine klasse Aktion. Wir hoffen nun auf viele Tore der deutschen Nationalmannschaft und drücken Sie mit uns die Daumen. Die Aktion